Um ein besseres Verständnis des Q-SYS-Systems zu bekommen, werden wir zunächst einige grundlegende Signalwege schematisch darstellen, sowohl in der Software als auch in der Realität. Obwohl sich die Größe der Designs stark unterscheiden kann, beinhaltet jedes Design einen Q-SYS-Core, auf dem das Q-SYS-Betriebssystem läuft. Er ist das einzige Objekt, das in der Q-SYS-Designer-Software voreingestellt ist, wenn Sie mit einem neuen Design beginnen und Sie können in den Eigenschaften auswählen, welches Core-Modell Sie nutzen möchten. Es stehen verschiedene Core-Modelle zur Auswahl, von denen einige über integrierte Audio-Ein- und Ausgänge verfügen. Die nächsten Geräte in jedem Design sind ein oder mehrere Netzwerkswitches. Ihr Core muss mit einem Port eines Ihrer Netzwerkswitches verbunden werden, damit er mit anderen nativen Q-SYS-Produkten oder Drittanbietergeräten in Ihrem Design, die ebenfalls mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, kommunizieren kann. Der eigentliche Switch wird innerhalb des Q-SYS-Designs nicht dargestellt, aber Ihre Switches müssen für bestimmte Protokolle konfiguriert werden, um sicherzustellen, dass der Q-SYS-Netzwerkverkehr, auch als QLAN bekannt, korrekt funktioniert. QLAN ist nichts anderes als eine Kombination aus Standard-IT-Protokollen und Prioritätsstufen, die die Übermittlung von Q-SYS-Audio-, Video- und Steuerungsdaten ermöglichen. Um dieses Setup zu vereinfachen, arbeitet QSC mit führenden Herstellern zusammen, um vorkonfigurierte Netzwerkswitches anbieten zu können, die sofort mit Q-SYS funktionieren. Mithilfe der online verfügbaren Dokumentation der Q-SYS-Netzwerkanforderungen können zudem die meisten modernen, konfigurierbaren Switches für die Übertragung von QLAN-Daten eingerichtet werden. Sie erstellen Ihr System in der Q-SYS-Designer-Software, die auf einem PC oder Laptop unter Windows läuft. Sie können fast alles in Ihrem Design einrichten, ohne Ihren PC mit einem einzigen Q-SYS-Gerät zu verbinden. Um Ihr Design allerdings auf den Core aufzuspielen, müssen Core und PC mit demselben Netzwerk verbunden sein. Im Designer wird dies als Save-to-Core-and-Run bezeichnet. Hierdurch wird das Design über das Netzwerk auf den Core übertragen, der es daraufhin für seine Systemanweisungen nutzt. Nachdem Sie Ihre Datei an den Core gesendet haben, muss Ihr PC oder Laptop nicht länger mit dem System verbunden sein. Der Core führt dieses Design aus, solange er läuft und auch nach jedem Neustart, bis Sie ihm ein neues Design senden. Fügen wir einige analoge Audio-Geräte zu diesem Design hinzu. In der realen Welt werden Audio-Geräte mit einem beliebigen Audio-Eingang verkabelt. Solche gibt es an mehreren Core-Modellen, sie können sich aber auch an einem Peripheriegerät befinden, womit wir uns gleich noch beschäftigen werden. In der Software werden physische Eingänge als Mic-Line-Eingangskomponenten bezeichnet, die mit diesem Gerät verknüpft sind. Es ist nicht notwendig, die Audioquelle selbst in Q-SYS abzubilden. Für Q-SYS spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Mikrofon, ein Media Player oder ein anderes Audio-Gerät handelt. Es ist lediglich relevant, dass Audio über diesen Eingangskanal in die Q-SYS-Umgebung hineinkommt. Innerhalb der Software können Sie einen Audio-Kanal virtuell durch eine beliebige Zahl digitaler Signalverarbeitungskomponenten schicken, die in der Bibliothek Schematic Elements verfügbar sind. Nach der Mischung und Signalverarbeitung sowie dem Routing verbinden Sie den Audio-Kanal mit dem Ausgang Ihrer Wahl. Dies kann zum Beispiel ein analoger Lineausgang des Chors sein. Dieser könnte das Signal an eine analoge Endstufe weiterleiten, die wiederum physisch mit einigen Lautsprechern verbunden ist. In einem solchen Fall würden die analogen Endstufen und Lautsprecher nicht innerhalb von Q-SYS dargestellt werden, da Q-SYS nur weiß, dass das Audiosignal die Q-SYS-Umgebung verlässt. Danach kann es beliebig weiterverwendet werden. Es kann allerdings sinnvoll sein, eine Inline-Lautsprecher-Anpassung hinzuzufügen, womit wir uns aber in einem späteren Video befassen werden. QSC bietet auch Endstufen und Lautsprecher an, die selbst vernetzte Q-SYS-Geräte sind. Wenn Sie eine Netzwerk-Endstufe nutzen, würde diese innerhalb von Q-SYS dargestellt werden, ebenso wie die damit verbundenen Lautsprecher. In der realen Welt müssen diese Geräte nur mit demselben Netzwerk verbunden sein und der Core sendet die Audiodaten über Netzwerk-Audiokanäle an diese Geräte. Viele Q-SYS-Peripheriegeräte bieten zusätzlich Audio-Ein- und Ausgänge, die über die Ausstattung des eigentlichen Cores hinausgehen. Diese netzwerkfähigen Ein- und Ausgangsgeräte werden normalerweise in der Nähe der physischen Ein- und Ausgänge platziert und übertragen die Audiodaten über einen weiteren Netzwerk-Audiokanal an den Core. Denken Sie daran, dass verschiedene Cores eine unterschiedliche Anzahl von Netzwerk-Audiokanälen unterstützen. Dies ist ein wesentliches Kriterium dafür, welcher Core für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Wie Sie sehen, ist es nicht erforderlich, Netzwerk-Audiokanäle innerhalb der Software zu routen. Hier erreicht ein Mikrofonsignal über ein I-O-Gerät das Q-SYS-System und wird an eine netzwerkfähige Endstufe weitergeleitet. Obwohl es im Design so aussieht, als bestünde eine direkte Verbindung zwischen dem Eingang des I-O-Geräts und dem Ausgang der Endstufe, werden alle Kanäle automatisch über das Netzwerk zur Verarbeitung an den Core geleitet. Einige Audiosignale können ihren Ursprung innerhalb des Cores selbst haben. Zum Beispiel können der integrierte Audio-Player des Cores oder einer der verschiedenen verfügbaren Netzwerk-Streaming-Empfänger, zum Beispiel von Dante, vom Core genutzt werden, um Audio ohne einen physischen Eingang in das System einzuspeisen. Diese Audiosignale belegen keinen Netzwerk-Audiokanal, bis sie an einen vernetzten I-O-Endpunkt oder eine netzwerkfähige Endstufe geleitet werden. Vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass die Q-SYS Designer-Datei im Wesentlichen ein Flussdiagramm ist. Komponenten haben seitliche Anschlusspunkte, sogenannte Pins. Die Kanäle verlaufen von links nach rechts. Die Pins auf der linken Seite sind also immer Eingänge, während die Pins auf der rechten Seite Ausgänge sind. Wir empfehlen daher, dass Sie die Komponenten in Ihren Designs ebenfalls von links nach rechts anordnen. Das gleiche Prinzip gilt auch für Steuerungs- und Videokanäle. Steuerpins haben eine andere Form als Audio-Pins. Die meisten Audio-Komponenten haben Steuerpins, über die sich verschiedene Aspekte dieser Komponente steuern lassen. Ähnlich wie Audiodaten können Steuerdaten ihren Ursprung in der realen Welt haben, zum Beispiel einer physischen Taste, einem Regler oder ähnlichem. In diesem Fall erreichen Sie Q-SYS über einen GPIO-Port, der bei vielen Q-SYS-Geräten verfügbar ist. Alternativ können Steuerungen innerhalb des Cores von konfigurierbaren digitalen Tasten oder Steuerpins anderer Komponenten ausgehen. Ähnlich wie Audio verlaufen Steuerverbindungen von links nach rechts und die gesamte Verarbeitung findet innerhalb des Cores statt. Wenn Steuerdaten an Drittanbieter-Geräte gesendet werden, geschieht das meist über virtuelle Komponenten wie Drittanbieter-Plugins, Netzwerkbefehlszeilen oder Scripting-Komponenten, kann aber auch physische Ausgänge wie die bereits erwähnten GPIO-Anschlüsse beinhalten. Die Steuerungskomponenten werden in dieser Q-SYS Level 1 Schulung nur kurz angerissen. Sehr viel ausführlicher werden sie in unserem Training Control 101 behandelt. Ähnlich dazu haben auch Videokomponenten ihre eigenen Quellkomponenten, Routing-Komponenten und Ausgänge. Diese werden in unserer Schulung Video 101 ausführlich besprochen. Viele Installationen erfordern darüber hinaus eine Benutzeroberfläche, über die Endanwender das System steuern können. Dieses User Control Interface, kurz UCI, wird ebenfalls innerhalb der Q-SYS Designer Software erstellt. Im Wesentlichen werden dafür die Steuerungen der verschiedenen im Design genutzten Komponenten übernommen. Das Erscheinungsbild und der Stil lassen sich frei anpassen. Das UCI wird typischerweise auf einem Q-SYS Touchscreen bereitgestellt, der ebenfalls ein netzwerkfähiges Peripheriegerät ist. Es kann aber auch auf iPads, iPhones, Smartphones und PCs angewendet werden. Sie können ihr UCI sogar über ein dediziertes UC-Plattformgerät im Raum bereitstellen. Zusammengefasst können Designs also sehr einfach oder extrem umfangreich sein, aber einige Grundprinzipien bleiben immer gleich. Das Q-SYS OS führt die Designdatei auf dem Core-Prozessor aus. Audio, Video und Steuerungsdaten erreichen Q-SYS über Core-Eingänge, Netzwerkverbindungen oder vernetzte Peripheriegeräte. Nach der Signalverarbeitung durch den Core verlassen die Audio, Video und Steuerungsdaten Q-SYS über Core-Ausgänge, Netzwerkverbindungen oder vernetzte Peripheriegeräte. Die Steuerung des Systems erfolgt über eine individuell erstellbare Benutzeroberfläche. Erwähnenswert ist außerdem, dass obwohl auf einem Core stets ein Design läuft, in größeren Installationen mehrere Cores mit mehreren Designs zum Einsatz kommen können. Dann gibt es Komponenten, die es Cores ermöglichen, Audio, Video und Steuerungskanäle von einem Design zum anderen über das Netzwerk zu streamen. Mit den Einzelheiten dieser Geräte werden wir uns in Kürze befassen. Jetzt ist erst einmal Zeit für eine Pause. Machen Sie einfach weiter, wenn Sie soweit sind.